willkommen zum dritten teil und dieses levels vom bombenberg fliege zur schwebenden insel fliege zur schwebende insel ja da kann man natürlich mal wenn sich einfach machen man kann sich auch schwer machen je nachdem wir machen die weitere variante die uns etwas schwieriger geworden der variante wir sprengen den bonbon als erstes an wir sind friedliebende bonbons und mögen keine kanonen wir stellen sie zur dir zu aber gerne zur verfügung also zur luftreise verfügung alle kanonen dieses kurses sind für dich präpariert guten flug so und da kommen wir jetzt rein und wir können damit jetzt fliegen bist du bereit dann rein mit dir in die kanone du kannst mit kannst mir ihrer hilfe mit ihrer hilfe wahrscheinlich soll das mit ihrer du kannst mir ihrer hilfe die schwebenden inseln erreichen ja dass ich mich manchmal verlese das ist das ist ganggebe bei mir aber macht euch nichts raus also wir können hier mit dem fahnenkreuz gucken wo wir hinfliegen zwar nicht genau dann dahin aber in die richtung wir müssen einen abschluss hier oben hin so und damit wir uns ein bisschen einfacher machen investieren und dann hierhin so hier ist die insel da ist das ding am besten immer finde ich immer am sinnvollsten ist dem baum zu investieren bisschen höher als der baum selber ihr seht es ist knapp man kann es noch ein bisschen höher machen klar damit man sich an diesem baum festhalten aber man muss es nicht machen hier ist der stern so einfach ist eigentlich dieser stern ich hoffe euch konnte ich helfen wenn ihr fragen habt schreibt sie rein bis dann